Ey, yo Leute, ich bin's wieder, Drangnamzjones und heute mache ich so, dass ich alle NAD-Drinks in einer dieser Plastikkanne hier rein tue, dann zusammen mixe, damit es auch wirklich super gut durchkommt und dann Becher, Glas rein tue und dann trinke und danach was passiert. Das werden wir auch sehen, das werde ich auch sehen, aber das ist bestimmt viel und bitte nicht nachmachen, ist tödlich und wenn dann nur einzeln trinken, also los geht's. Okay. 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 Noch nichts passiert. Ich habe alle eine der Drinks auf einmal getrunken, danach trainiert automatisch. Und jetzt schwitze ich hier. Ok, ich habe alle Energydrinks getrennt einzeln in eine Plastikkanne reingetan. Danach mit einem Löffel umgerührt, gemischt, damit es sich zusammen gut mischt. Danach ein Glas reingetan, was mit einem Glas, was da ganz Energydrink drin war. Ich habe auf Exe alles getrunken und danach hatte ich 4 Sportarten gemacht. Ich nehme schon Nummer 1 Liegestütze, Nummer 2 Hampelmann, Nummer 3 Situps, Nummer 4 Knie beugen. Und das solltet ihr auf gar keinen Fall machen. Also ganz genau, was ihr nicht machen solltet, ist alleine die Drinks einzeln getrennt. Plastikkanne tun und mischen und dann ein Glas rein tun und daraus auf Ex trinken. Das ist nämlich tödlich. Das darf nur, oder dürfen nur die Profis. Ich auch. Das ist wirklich tödlich. Aber ich mag Energydrinks, deswegen habe ich es ja gerade auch bewiesen. Wie ihr jetzt hier seht, ist es auch etwas übertrieben. Oh ja. Also es steht nochmal ganz genau in der Videobeschreibung. Das ist nur eine Warnung, was ihr jetzt gar nicht machen dürft. Wenn ihr nur Energydrinks trinken, dann nur eins und dann und nur manchmal. Aber ich tue es immer, weil ich bin, brauche viel mehr Energie und habe auch viel mehr Energie. Aber ich hier nochmal in der Videobeschreibung. Und so weiter. Ich will noch ein paar Aktive in dem ganz Ende die Winkel. Ja. 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 Ganz schön viel Klangen. Okay. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt mir den Daumen nach oben. Wie darum in dem Kanal lag das Video schon wieder. Ich bin derjenige von Björnze. Ciao.